Hallo ihr Lieben und Willkommen zu Nights & Murchens. Nichts entmerkant. Und jetzt wollte ich hier noch die Einheit mal ein bisschen ausradieren. Denn die stören mich. Siehst du, die Bungsstützen greifen schon an. Das war jetzt aber so wirklich nicht geplant. Boah, Alter, klappt ja sogar. Naja. Oh, heilige Scheiße. Die wären ja eh tot, ne? Jetzt hat er die ganz nachgeholt. Ich muss nachbauen. Ja, ihr seht. Krieg. Einfach mal krieg. Die Barbaren habe ich auch noch. Ja. Wobei ich könnte... Jetzt habe ich die schon angegriffen. Jetzt könnte ich da eher den Punkt auch auseinandernehmen. Aber mit mehr. Das mache ich nicht. Wir gehen zurück. Ihr auch. Und tschüss. Ja, ich traue ich dir mal zu schön. So. So. Ui. Passt alles. Den haben wir schon mal weg. Wobei... Er stellt die da hin, da unten. Der macht mir Sorgen. Mache ich den als nächstes? Ach, komm. Scheiße im Arsch. Der andere muss nachbauen. Der baut hier einfach nach. Der kann hier einfach reinrennen. Das ist mein Vorteil. Aber die hier nicht. Die nehme ich als zweite Front dann. Tududum. Wieso, wenn ich das kriege, das habe ich nämlich halt übelst die Aufgaben gegeben. Weil er dann einfach nur bauen kann. Weil ich habe dann keinen Plan oder gucke kein... Kein 20.000 Mal da unten hin. Und von daher kann er dann ganz, ganz, ganz nur bauen. Und alles tragen lassen hier. Der Bette King. Hör mich auf. Mein Adressenbau ist beides noch ein bisschen viel geworden. Ich könnte doch halt übelst hier rüber bauen. Hier einfach mal so ein Turbring bauen. Einfach nur, weil wir es können. Ich bin ja so wählerisch. 915, 38. Alles passt. Steine weniger. Die haben mehr zum Bauern. Mehr Holz heißt das auf Deutsch gesagt. Ich kann nicht klagen. Es geht Stück für Stück voran. Jetzt kommt meine größte Investition wahrscheinlich... Der Runde. Und los geht's. Schon mal gute Nacht. Das sind 60. Da müssen wenig aus. Egal. Alles klar. Vorwärts. Wir befehlen. So. Vorwärts. Wir befehlen. Los jetzt. Los. Ja. Jawohl. Jawohl. Los. Bewegt euch. Genau. Und hier nehmen die dann da oben her auseinander. Los jetzt. Ja. Bewegt euch. Jawohl. Na ja. Alles klar. So. Ich brauche wieder nur einen Lockvogel. Zoffen. Jawohl. Was denn los ist? Oh nein. Die Bogenschütze schießt weiter. Den nimm wir. 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 Nimm. Nimm wir. Nimm. Nimm. Putz. Wollt ihr. Wollt ihr. Kann er von hier ausschießen? Nein. Alles klar. Na, kommt schon die. Die kommen nicht, dann gehe ich rein. Ich gehe da gleich her, oder? Wo? Na, könnte. Was ist denn jetzt hier? Vorwer, Apfel! Jawohl! Zu befechten, Herne! Zu befechten, wir müssen uns stehen los! Ist ja ein bisschen eng hier gerade geworden. Oder ein bisschen sehr viel unnützes Todes. Engagement. Achso, da wurden die Angriffen. Ja, ich dachte jetzt hier hinten noch irgendwo unten. Ich dachte hier unten, jetzt wo alles leer steht. Ohne diesen Trick. Ich glaube, die haben den echt so bewusst, wirklich so bewusst, diese Tasten-Kombination. Das ist ja, damals war es ja auch noch was anderes. Es muss Sturbus gehen, weil sie wissen. No chance, baby. Tadadam! Was denn? Der Trupp ist hungrig. Hier ist auch gar keiner. Ach, die links. Alles klar. Der findet keinen Stein mehr. Guck mal nach links, du Sack. Guck mal hier hin. Ah, 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 ich hoffe, die kommen nicht von rechts zurück, ob das zusammen verbunden ist. Auch gerade einen. Versorgen die hier? Nee, das ist zu weit. Haben die hier schon nachgebaut? Ja. Finden alle nichts mehr? Sind die denn blind? Ach, die können das nicht abbauen. Ah. Ah, ich vergaß. Zu Dienst. Zu Befehl. Attackiert sie. Ich höre, ihr Befehl. Angreifen. Angreifen. Pff. Oh. Shit. Ja, gegen Pekiniere. Ich dachte, da kommen die jetzt. Okay, das ist also nur der Bereich. Machen wir zurück. Weil hier oben brauche ich nicht angreifen. Da habe ich keine Sicht, da habe ich nichts. Da habe ich keine Wards zu stehen. Ich sehe nichts. Null. Null nada niente. Von dem. Von der Sache jetzt mal her. Wenn. Ich jetzt all diese Einheiten nicht hätte. Und hier oben baut er nur Eisen. Nur Eisen. Nur Eisen. Nur Eisen. Rüstung. Und eher mit seinem Leder. Du bist doch pur am Arsch. Das ist so ein Optimierungsspiel. Ich meine, das ist schon ganz, schon fast eine Hardcore-Simulation. Was ja auch gut ist. Irgendwo. Aber. Aber die Zeiten ändern sich. Früher hätte ich es wahrscheinlich auch wirklich noch ganz, ganz anders gedacht. Und gesagt. Oder noch mehr gesehen. Wo ich sage, ja komm. Gerade als bei der Bengel hast du ja die Zeit. Heutzutage hätte ich dann für eine Runde kommen. Wir sind jetzt zweieinhalb Stunden dabei. Zweieinhalb Stunden. Das ist für manche einen schon in der Abend rum. Wie bei mir meistens normal sogar. Wie war es das? Und jetzt. Weil du mitst die Zeit gespart. Dank dem Trick. Ich kann nur nochmals tausend mal Danke sagen. Der ist nice. Ich mache mal hier ein paar normale rein. Und dann bauen wir nämlich gleich noch wieder ein paar Reiter. Stehen wir gleich im Krieg. Lass ich die überrennen. Die auch. Und dann kommen die runter. Also zwölf. Zwölf. Genau da hin. Steht ein bisschen im Weg. Und los geht's. Die haben sich schon gesplittet. Das ist jetzt schon. Oder? Ja, die haben sie niedergetrampelt. Steht halt gerade wirklich nur im Weg, muss ich sagen. Wenn ich mal Einheiten hier aufstellen möchte. Dieses Haus ist nicht bewohnt. Noch nicht. Jetzt ja. Ach, die Musik. Gib mir auch ein Spiel, wo die Musik so entspannt ist. Klar, das hat sich wahrscheinlich für dich damals eingebrannt. Weil wir wissen alle, früher war hier alles besser. Das ist nur, weil sie sich halt einfach eingebrannt hat. Das war schön. Diese Vorgaukelei. Nur aber. Geht doch. Oh. Mit so vielen Bogenschützen hatte ich jetzt auch nicht mehr in Gewicht. Nein. 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 Hätte ich mal vorher gespeichert. Jetzt wollte ich bloß eigentlich bloß nochmal einen, mal eine große, äh, Reiter-Trupp-Herde reinschicken. Dann haben wir auch gewonnen. Wie schnell das geht. Wollen wir noch ein Schluck trinken? Ich habe eine Schluck-Rücken. Was? Ich habe doch gar keine mehr. Das waren alle. Aber er baut wieder tierisch nach. Jetzt könnte ich da oben eigentlich durchreiten, ne? Und die einfach in der Stadt niedermetzeln. Da ist ein Lagerhaus. Mach ich. Ich frag's auch, wieso ist meine Gebäude kaputt? Ach, das waren die Steinmetze, die ich jetzt zerkloppt hab. Ich war grad echt so... What? Ah, da ist noch ein Lagerhaus. Ah! Deswegen hält der hier noch aus. Da unten ist noch was zum Essen. Alles klar. Die Barbaren hauen aber auch rein mit dem Schaden. Kack die Wand an, ne? Also, der Damage von denen ist... Tch. Geräuschen. Geräuschen so geil. Ach, herrlich. Diese Entspannung. Es ist... Auch wenn ich mich konzentriere, ich möchte so viel mehr sagen, wie immer. Das wisst ihr. Ich kann aber trotzdem so entspannen dabei. Das ist das Ziel. Komm, rei der Herde. Oh, ich hab keine Pferde mehr. Äh, ein bisschen Mischbeck. Haha, wollte ich noch nie mehr. Entschuldigung. Hab ich nicht gemacht. Das flog durch die, äh... mir unbekannte Brause hier. Äh, Wassermarke. Sind zu wenig. Oder. Ach, ich weiß es nicht. Viehzüchter? Nein, nein, die Metzger. Die Metzger, die schieße ich im Krieg mit dem Ding. Na, wirst du jetzt... Oh, wir gehen rein. Steht im Weg. Ganz einfach. Wissen fassen sie noch nicht mal dahin gehen? Da laufen die alle nämlich nicht so weit. Wobei, da kommen sie ja schon. Ich wollte die nur ein bisschen arbeiten, ein bisschen Weg abnehmen, aber nö. Dann nicht. Wird das jetzt schon innerhalb von 5 Minuten gleich schaffen werden? Ich weiß ja noch nicht. So viele Einheiten hat er noch nicht, ne? Komm mal her. Der greift doch nicht an. Was machen wir schon? Los, los geht's. Komm mal her. Scheiße. Reicht nicht. Obwohl, oder? Doch. Wird eng, aber... Das wird richtig tight. Geschafft. Lol. Diese harte Runde, die eigentlich wirklich sauschwer wäre. Ich danke nochmal 10.000 Mal den Erstellern oder den Code-Eingebern oder was auch immer. Ohne wäre man einfach nur gefickt. Ich kann es überhaupt echt nicht glauben. Dafür, wo ich sonst immer so lange viel gebraucht habe. Gut, die Runde kenne ich nicht. Die kann ich nicht. Das hier. Das sagt mir nichts. Mal schnell Essen fassen. Gott sei Dank hatte ich die Barbaren mitgenommen. Hat mir so lange gedient. Gewonnen. Ach ja, kann man mal machen. Zeitlich, ja. Ging ja schlott. So ist das schön. Oh herrlich, liebe Leute. Wir machen Etappen Runde für Runde. Nice. Nächste Runde geht es weiter. Wir machen ganz kurz genau weiter. Geht es. Ciao. Ciao.